Und der Oscar für das beste Drehbuch geht an... Keith Michaels! Es ist tragisch, wie sehr ich mich darüber freuen kann. Kannst du mir nicht irgendeinen Job an Land ziehen? Ich hab da was. Aber es wird dir nicht gefallen. Ich soll an einer Uni unterrichten. Das sind alles frustrierte Loser, die es zu nichts gebracht haben. Keith? Wenn die Kohle stimmt, mach ich's. Die wichtigen Dinge laden wir nicht im Unterricht. Also hab ich mir fest vorgenommen, nur das Allernötigste zu tun. Hallo Flo. Willkommen in meinem Seminar. Rosa, Maya, du bist ein gutaussehender Typ, Dave. Eröffne deinen eigenen Kurs. Ich bin Holly Carpenter. Was unterrichten Sie? Ich bin Studentin. Das ist gut. Großartig, wieder zur Schule zu gehen, obwohl sie schon so... Groß sind? Ja, genau. Wusste ich doch, dass Sie das meinen. Ich hab eine Frage. Das war zu erwarten. Wenn Sie glauben, dass man Schreiben nicht lernen kann, was machen wir dann in Ihrem Kurs? Ah, so. Mach keine Dummheiten. Ja, ja, ist gut. Mach ich. Sie mögen Jane Austen nicht? Ich bin nur etwas müde von diesem ganzen Emanzipationsgelaber. Ich muss Ihnen noch unbedingt irgendjemanden vorstellen. Oh. Oh Gott. Hi, Mr. Michaels. Sie arbeiten hier? Nein, ich laufe nur mit Block und Stift rum, weil ich wissen will, was die Leute essen. Solange Sie leben, können Sie vergeben und Ihnen kann vergeben werden. Doch wenn Sie tot sind, wird das wesentlich schwieriger. Ist ein Zitat aus Ihrem Film. Meinem Lieblingsfilm. Zumindest einem davon. Top 5. Na gut, Top 10. Ihr Geschmack macht mir Sorgen. Top 20. Vor ein paar Monaten habe ich das Unterrichten nicht ernst genommen. Aber diese jungen Menschen erinnern mich daran, warum ich mal angefangen habe zu schreiben. Auch wenn ich nur ein paar Stunden weg war, habe ich gemerkt, dass du mir fehlst. Und jetzt hoffe ich, dass mehr daraus wird. Sehr viel mehr. Dr. Lerner, Sie haben sicher auch eine Meinung dazu. Ich habe eine Frau und vier Töchter. Ich habe keine Meinung.